Oh Gott, das ist nicht mehr schön. Hallo, es ist 8 Uhr 10. Hast du mir das Haar von an? Weg mal. Danke. Und wir fahren jetzt zu Marco. Und wir haben uns ein bisschen wärmer angezogen. Also ich habe eine Thermo-Unterwäsche an. Eine Zwäsche. Das ist gerade ein bisschen verschwunden. Und das ist hier. Und noch ein Zwent. Mal gucken, was da drüber macht. Ja. Also, wir haben es 9 Uhr 3. Und wir wollten ja 9 Uhr 8 mit dem bisschen fahren. Aber zwei von uns haben jetzt Verspätung. Da müssen wir eine Stunde gammeln. 149? Ja. Ihr könnt eure Freunde grüßen. Dreckscher Panda. Die glücklichste Gruppe der Welt. Dani macht Fotos von Jo. Ja. Was ist das? Look at that team girl. Ich bin einfach zu klein. Du Gnom. Noch nicht. Das ist das? Die glücklichste Gruppe. Stüliert. Ugly as fuck. Wollt ihr nachher Fotos von euch haben? Von ihr Freundschaft und so? Love life is life. Schreck is love. Erdgeschoss. Wir sind gerade ungefähr fünf, weil die Treppen um so viel laufen, weil Madame von Graf immer ein neues Model gefunden hat. Pokal. Spiegel. ... Du bist das Schönste von dem Joker Was machst du? Da ist Dani. Oh Gott, das ist nicht mehr schön. Egal, komm, ich tue noch 3 und 10. Fass mich nicht an, wer weiß wie du dich schon wieder rumgetrieben hast mit deinen komischen Haustieren. Du hast doch Handschuhe. Ich. Du. Ach. Klappt ja gut. Hör auf, hör auf! Ihr Name ist Lucy. Hast du wirklich gedacht, dass ich jemand wie dich brauchen würde? Ich. 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 Wir haben es 17.22 Uhr und wir wollten eigentlich 26 Uhr mit dem Zug fahren und dann so, ja, Informationen zu RB nach Leipzig. 3 Minuten Verzögerung. So sieht Glück aus. Also, wir sitzen jetzt schon seit über einer Stunde hier, dass wahrscheinlich sich jemand vor den Zug geschmissen hat. Hauptsache, die Batterie ist gleich leer. Du hast die Falsche reingemacht, kann das sein? Hast du die neuen Batterien weggeschmissen?